Die besten Blondinenwitze, Teil 3 Wie stirbt die Hirnzelle einer Blondine? Alleine. Was ist eine Blondine mit zwei Hirnzellen? Schwanger. Was hat eine dunkel gefärbte Blondine? Künstliche Intelligenz. Was sagt der rechte Oberschenkel einer Blondine zum Linken? Nichts, sie begegnen sich nie. Warum ist es günstig, eine blonde Beifahrerin zu haben? Man kann dann immer die behinderten Parkplätze benutzen. Warum ist eine Blondine wie eine Schildkröte? Sie sind beide gefickt, wenn sie auf dem Rücken liegen. Wie kann man die Augen einer Blondine aufleuchten lassen? Durch eine Taschenlampe an ihrem Ohr. Und wie bringt man eine Blondine zum Blinzeln? Einfach die Taschenlampe ein- und ausschalten. Was ist der Unterschied zwischen einer Blondine und einem Computer? Warum essen Blondinnen keine Bananen? Sie finden den Reißverschluss nicht. Ein Polizist erwischt eine Blondine als Geisterfahrerin auf der Autobahn. Wussten sie nicht, wohin sie fuhren? Nein, aber wohin es auch ging, es muss scheußlich da gewesen sein, weil die anderen alle wieder zurückfuhren. Das war's für die Reportage. Katrin ��